moin leute hier ist brettes und herzlich willkommen zu moto kombat 11 ich habe hier mir einen würdigen gegner gefunden wir haben ungefähr 50 zu 50 prozent dass einer von uns gewinnt und ich bin übrigens brettes und ich bin einer der im blau ist also subzero genau ein kurzer spoiler diesen diese runde werde ich tatsächlich verkacken sieht ja schon jetzt das wäre ein richtig schöner comeback aber ich habe leider keine geduckte position eingenommen dadurch habe ich die runde kann das nicht fassen er kann nicht so gut lesen die jede einzige bewegung die ich mache aber gleich werden wir ihn ganz schön panischen richtig schön bestrafen haja ja crushing blow kb ist schon unterwegs das war dein fehler hoppla und wieder crushing blow eins zu eins ich kann das nicht fassen manchmal kann er nicht so gut lesen aber das hat er wieder nicht erwartet wieder ein crushing blow und ich bekomme auch 1 oder sie gefährlich aus das ist gefährlich aus ich muss die seiten wechseln und ein step back und zack das war nice und zweite runde leute ja das fängt gerade nicht so gut an ich vermassel das combo zack einmal und komm ach das war ganz kurz davor um ein crushing blow auszulösen das habe ich nicht gemacht aber ich kann ihn richtig gut pressen hier in der ecke habt ihr das gesehen ich habe doch in getroffen wieder ein crushing blow und jetzt die runde ist meins nice er sieht nicht so gut aus oh 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 der will auch crushing blow machen das werde ich ihm nicht erlauben jetzt jetzt sieht er ne wenn ich eine runde wenigstens mit ihm gespielt habe und es ist egal ob ich gewonnen habe oder nicht ich kann mich schon ziemlich schnell an die leute anpassen und ich weiß wie die so ticken sage ich mal oh das war klasse aber wir geben ihm mercy also ich werde ihn jetzt nicht sofort töten und nochmal oh habt ihr das gesehen leute das war ein richtiger brutality das habe ich nicht mal erwartet ich wusste nicht mal dass die überhaupt gibt hoho noise also leute das war's für heute ein kleiner gameplay von mir und nächstes mal kommt was krasses